hey ho und willkommen auf meinem kanal master darf es selbst mal heute gibt es ein neues display mit der flamme serios hallo und zur kiwi ich habe keine Angst ausgesprochen ich hoffe ich habe mich fritzig ausgebrochen aber und ihr seid jetzt hier bei Folge 2 ohja die erste Folge war bei mir genau die erste Folge war bei Flamme schaut gerne wieder vorbei wir machen so eine Folge bei ihr eine Folge bei mir und so ja und jetzt starten wir uns gehen würde ich sagen Blamme yes let's gooo es ist wieder irgendwas neues Marcel das macht mir Angst verstehe ich wir müssen die Umschläge machen ach du heilige Scheiße jetzt schimpft sie rum in ihrer Folge nicht bei mir doch sie rumschimpfen oder wie was heilige Scheiße achso sorry was ist ihm eigentlich hey kleiner Phil dies ist ruhig die geschätzte Glück die blablabla 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 ja schön achso wir werden uns den Namen merken sollen scheiße äh wir müssen hier was eingeben ähm 2 2 2 2 wird bestimmt richtig sein ah ne 6 2 4 ah 6 mach doch 6 äh nein 6 man 6 2 4 äh 3 3 es ist für Postleitzahl ups ich weiß das ist schwer stecke ich mal kurz hierher so Hefe so zack kran kran warte der Deckel du musst den Deckel dann hol den Deckel Marcel komm mach dich gerne das andere Ding oh Gott auf håll hier kom hier ob das muss nein yeah Du musst du nicht... Du musst du nicht... Du musst du nicht... Jetzt... Wir müssen das hier noch... Hier... Okay... Schau mal... Oh nein... Er muss drücken... Hä? Karte prüfen... Okay... Wir haben den Süden... Wir haben den Knopf... Na jetzt hat es funktioniert... Guck mal... Der Aufkleber... Zack... Achtung fertig... Jetzt beginn das Ganze... Ich mach dich gut... Den Deckel haben wir schon mal... Den Absender... Warte mal... Äh... Hauptstraße... Soll ich ihn da jetzt... Äh... Kronen... Ich check's nicht... Mal... Auf... Wir brauchen den Aufkleber hier... Weiß ich das... Ich hab ihn schon... Alter... Aber nimm das kurz mal ab... Äh... Ohne Frechheit... Ah... Ich weiß... Was war einer... Hilfe... Besser... Nee... Das ist super... Ich verschicke mich hier gleich selber... Hast du's? Oh... Oh... Hey... Rechts... Warte... Warte... So... Sehr gut... Du musst runter... Marcel... Ich hab ihn irgendwie falsch gemacht... Ich bin mir jetzt nicht sicher... Äh... Müsste Süden sein... Ja... Nein... Was? Hä? Der Kleber ist falsch... Alter... Alter... Hups... Machen wir jetzt... Robert... Ich tu den Kleber hier... So... Ähm... Aber was für ein Kleber sollen denn jetzt rufen? Schau mal... Ich lebe jetzt einfach das drauf... Ganz ehrlich... Können nicht mal... Ja... So... Wissen Norden oder... Kommt... Doch... Einmal... Hä? Nee... Ich mach euch zu Arsch... Warte mal... Ja... Der sagt mir nicht dass es der die ganze Zeit war... Ja... Da steht zerbrüchlich... Ich bin nicht hier... Ja... Aber... Ich glaube nicht dass das Zeug da drin... Was war denn das denn was da drin war? Egal... Er ist aber nicht so zerbrüchlich... Nein... Nein... Komm... Da... Mal schieb doch mal was heil... Ha... Nee... Dann geh mal auf Süden... Geh mal auf... Das ist Norden... Das ist Norden... Warte ich mir mal das hier wieder ab... Ja... Jetzt nochmal drauf punchen... Ja... Nein... Weg... Hör... Geht nicht... Geht nicht... Da kann man gar nichts mehr machen... Wir müssen da einfach einen Aufgeber finden... Aufheben... Aufklicken... Ich glaube er hat das Spiel kaputt gemacht... Sind wir mal ehrlich... Ich liebe mir auch das Gefühl... Marcel das haben wir wirklich wieder richtig toll hinbekommen... Hör... Ich bin eine Folge... Und wir haben schon kaputt gemacht... Und zwei Folgen gelassen... Hör... 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 Alter... Warte... 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 Wehhh... Er ist mit 30... 30 Teil... 30... Ähm... Warte mal... wenn wir die wochen kapitel immer solche sticker holen aber vergessen wo jetzt im ventilator ist ein radio das springt man schon aus dem fenster hier dann ist die nummer falsch muss ja scheinbar die fahrzeichen aus kala 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 nicht jetzt wird es ja die ganze zeit angezeigt den aufgeben was der ist ja schon drauf war wo wir was da hat sich ausgepackt was hat sich ausgepackt roll was denn das rote ich sehe kein rotes wirklich hinter dem paket ist ein rotes Teil so jetzt wissen wir da hallo hallo kein problem was denn siehst du mich reden was ich kann sie was machen der aufnahme oder nicht ja der problem ist die karte nicht ich sehe sie nicht ich kann sich jetzt eröffnen ich sehe ich kommt nichts mehr sehr gerne urmarei kalakar hauptstraße mr kumtwi kore hier wir warten wir machen doch falsch 3 für ich sag's dir einfach ok 3 5 nochmal 3 5 6 2 so das war das war was wir falsch hatten denke ich und jetzt hä bei mir ist ja nicht das paket ist bei dir jetzt alles verpackt oder was ja na super da muss ich halt die ganze arbeit machen kannst du wenigstens das hier betätigen ja das würde ich tätigen hoch ja so muss ich drüber gehen ich bin hier drüber du bist unterfahren ja ich war ich bin darüber ich kann ein bisschen du musst weiter zu mir zu uns im bildschirm zuerst runter links runter du musst bitte ich verlass mich zu machen bitte musst du bitte rechts nicht unter ich kann nichts auch komisch hatte es erst erst nur mir packst du bist da okay man kommt wie das ist dafür dass es schwer ist aber es ist ja gar nicht schwer das paket ist schon eigentlich war das so richtig verdammt verdammt eigentlich ist das rechtlich das teil ich mache es aber zu treffen zerbrechlich drauf was er machen musst du weg ich darf das weg machen wenn ich nicht sehe ich weiß paket nicht nix ist ja nur blätter und drüber auf den scheiß stehen ich höre gleich nein ich möchte nicht in das ding rein quitschen ich würde ja so jetzt aber gesendet endlich Marcel wir haben es hä siehst du es jetzt ja jetzt steht bei mir jetzt steht bei mir das scheiß paket da mitten in der gegend rum hier ist es schön für dich ja ich könnte mir helfen das ist nicht schön äh wasser was macht lake pacy lake pacy äh lake pacy 2241 ich kann damit helfen wenn wir es verpackt das ist super ich schick dir ein boter wort zu bekämpfen ich habe ein handy nicht hier aber mir das paket liegt schon fertig da das ist schön für dich bitte stapeln neuerung neuerung ok das ist nochmal neu dann müssen wir das paket doch jetzt nochmal machen alter nein möchte ich nicht man ich rass sie gleich aus so es ist noch das gleiche ne ja wo mir fünf ne warte scheiß alle drei fünf sechs zwei 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 in der runde nach 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 das ist doch jetzt nicht wahr das ist doch jetzt nicht dafür hat jetzt was eine fehlfolge 20 minuten back später hoffentlich funktioniert jetzt hier alles so ich habe es noch nicht zu ende gelesen ist das gleiche vorher ja ich denke ich kenne konto auswendig kundi kuf 3562 warte 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 lasst das noch unten lasst ihn mal rein dass wir rein dass wir packt dass man wieder vorsichtig ist dass es nicht mehr packt das mache ich nicht doch mal mit so ja es mag nicht ja endlich hat ja nichts was ich wieder unten gedauert ok was machst du denn jetzt ist es schneller war noch nie komm okay wir müssen nach süßen problem an warte mal kurz kundi kuf da ist es doch ähm warte ich habe nicht die possibility wo ist nochmal dieses verbrechlich teil hier ne da ja da lässt es mal rein krachen da kloppt es dann oder was mein sorry alter ich verstehe dich nicht so jetzt das ding bewegt sich ja händel weit war schon das ding bewegt sich marcel vorsichtiger 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 ja besten vorsicht das ist ein lebendiges wesen hier aber der willig die frage ist das süden oder okay jetzt so ein ding dann können wir sie abschließen 5 ich mache das ich hab's doch schon 5 1 1 3 du musst es auch auf den deckel kleben ja so so jetzt was ist es süden oder norden wir haben es hallo ja ja ach guck mal hätten es fast zu silber geschaffen ja das war anstrengend Ich will sagen, das war's mit der Folge von mir, die nächste Serie über Flammy, ja? Ja. Lass gerne bei mir ein Abo da und dann hätte ich auch gerne wieder Flammy. Ja, natürlich. Danke, danke. Willst du noch was sagen? Das war anstrengend, die ganze Zeit mit diesen Backereien. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Leute.